Hallo zusammen, ich bin Rico Berchtold und bin Lernende bei der Minimeyer Elektro AG in der Allstadt von Luzern. Mein Name ist René Hussi-Stein, ich bin eingenössisch Diplomierter Elektro-Ingenteur und Berufsbilder. Ich zeige euch heute einen kleinen Hinblick in meinen Alltag. Kommt mit! Bevor es raus zum Kunden geht, ist materialrisch da gesagt. Unser Beruf ist sehr vielseitig, spannend und technisch anspruchsvoll. Vor allem macht man Spass, dass man schon bald eigene kleine Projekte und Arbeiten selbstständig ausführen kann. Unser Team wird während der ganzen Lehrzeit Unterstützung gefördert. Sogar ein Zwei-Wöchiges Basic Camp ist dabei. Die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Produkt sind sehr gross. Und da stehen dann anschliessend alle Wege offen. Man sieht, wie sich ein Projekt vom Plan zum fertigen Objekt entwickelt, ist sehr eindrücklich. So, und jetzt noch die Messungen machen und dann ist auch die Anlage im Betrieb. Und kann einem Kunden übergeben werden. So, das war jetzt ein kleiner Einblick in meinen Alltag. Wie du gesehen hast, steht bei uns der Lernende als Mensch im Zentrum. Wenn es dir gefallen hat, bewirte dich bei uns.